So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Normalerweise wäre heute Raider Mittwoch dran, aber das muss ich wieder mal verschieben, da die Oktober-News angekündigt wurden. Und ihr wollt ja immer wissen, was kommt denn im nächsten Monat auf uns zu. Spotlight-Stunden, Dienstag 18 bis 19 Uhr, Raid-Stunden, Mittwoch 18 bis 19 Uhr, Events, Raid-Bosse, äh, alles. Ja, also irgendwie, eigentlich braucht man es auch gar nicht, man sieht ja trotzdem von Tag zu Tag, was geht denn da auf, was ist denn da drin, was ist denn da los, aber trotzdem, wir hauen das hier raus. Das heißt, Raider Mittwoch am Donnerstag auch nicht, weil da ist ja dann, äh, Summer Sender-Debüt, ne, Sackjahren, erstmal kommt das Sackjahren, das Sackjahren kommt am Donnerstag neu als Shiny, also wird der Raider Mittwoch am Donnerstag dann am Freitag wahrscheinlich wieder stattfinden. Ich habe jetzt leider keine deutsche Grafik, die ist noch nicht draußen, ich nehme jetzt einfach die englische, entschuldigt mir jetzt schon das Englisch, aber wir werden es mal wieder irgendwie, äh, vorlesen, uns da durchboxen. Auf der Übersichtsseite sehen wir zum Beispiel die Stata, der, was, Galar-Region, gehört das alles dazu, ja. Ja, Dynamax Kruki zum Beispiel, das ist bestimmt der Affe, dann haben wir Dynamax Sobbel, jetzt sage ich, das ist bestimmt der Hase, weil ich denke, dass das in der Reihenfolge dasteht, aber wenn ich dann sehe Dynamax Skorbunny, dann ist das nicht die Kaulquabbel, sondern dann ist der Hase ja wahrscheinlich, der Skorbunny, der Kruki ist der Mungie, der Affe, und der Sobbel ist einfach, brrr, Sobbel, die Kaulquabbel passt. Und Sama Sender, hey, der Name, Deutsch, Englisch, beides richtig, das sind die Featured Pokémon im Oktober, die uns jetzt erstmal so angezeigt werden. Die Stata können nicht Shiny sein aus den Dynamax Raids, aber Sama Sender kann dann Shiny sein aus dem Fünfer Raid, und das ist krass, weil in den Spielen damals gab sie doch gar nicht, als Shiny hieß es also, und keiner wusste, wie die aussehen, und jetzt ist dann Sama Sender und Sakyan in Pokémon Go als Shiny eingeführt, und das ist cool, das ist eine Weltneuheit. Wann, aber das Ganze, wann, wie, wo, was, jetzt gehen wir auf die zweite Seite, nämlich die Max Battles. Ihr wisst, das sind die Döner Raids, die Max Battles, da habt ihr also Kruki, Skorbunny und Sobbel drin, und dann kommt noch Fallings, Fallings, da vorne links, Fallings, also das ist hier Dings, ne. Das kann Shiny sein, das hat ja letztens erst ein Raid Day gehabt, konnte Shiny sein. Warum man das jetzt machen sollte, weiß ich aber nicht. Also von Startern kann man immer mal Bonbons sammeln, oder einen Hunder da mitnehmen, oder angeben, oder sammeln. Tane war richtig stark und richtig genial, jetzt hat mir Bock gemacht. Was ich jetzt aber mit Fallings in den Dreier Döner Max Raids soll, weiß ich nicht. Wer natürlich einen Shiny Döner sich gönnen möchte, der kann das kostenlos jeden Tag versuchen. Dann sind hier nochmal Fragezeichen, weil es wird wohl noch einen fünften Döner Max Raid geben, der ist aber noch nicht bekannt. 1. Oktober bis 1. November, das heißt alle Starter, die wir jetzt drin haben, sind dann ja wahrscheinlich weg. Tane ist dann weg. Nutzt eure Zeit jetzt noch, nehmt da ein bisschen was mit. Und von denen weiß ich nicht, also Shiny brauche ich von dem Teil eigentlich nicht. Ich würde wahrscheinlich die Starter mir immer machen, dass ich dann halt 3 Affen, 3 Hasen und 3 Kaulquappen habe. Und die besten 3 so als Team mir dann immer aufhebe. 5 Sterne Raids, wir sehen Summer Sender, neue Shiny Einführung. 4. Oktober bis 14. Oktober, also 10 Tage lang hat man die Chance hier drauf. Vom 14. Oktober bis zum 28. Oktober habt ihr dann Gidatina. Sind wir plötzlich doch bei Deutsch angelangt, he. Das ist gut, weil es ist nicht das Dicke mit den Beinen, sondern es ist das Drahtige mit den Flügeln, was da oben rum wuchtet. Und das kann natürlich auch Shiny sein, das ist auch mega stark. Das hatte ich auch immer in der Meisterliga damals. Egal ob Raids oder GBL, das Ding ist nützlich, nehmt das mit. 14 Tage lang bis zum 28. Oktober, genial. Da glühen die Raids, da glühen die Arenen, da glüht der Geldbeutel bei manchen bestimmt auch wieder. 28. Oktober bis 4. Oktober, äh, November. 28. Oktober nochmal, bis 4. November dann Dark Rai beim Marshmallow-Kopf. Ich habe irgendwie damals, als Dark Rai da war, das Beste, was ich dann hatte, ein bisschen gepusht. Und ich werde jetzt nicht hier auf 100er Jagd gehen, ich werde einfach ganz normal jeden Tag mein Dark Rai-Raid machen. Und werde die Bonbons, die ich dann da kriege und überhabe, einfach in mein bestes Dark Rai reinpacken. Und dann ist das ok. Ich sehe jetzt nicht, dass ich von einem von denen jetzt ganz viele Raids machen muss. Ich spare mir meine Pässe wieder fürs Go-Fest oder für die Tour im Februar. Aber ansonsten mache ich täglich meinen Pass. Mehr Ziele habe ich dann nicht. Und wenn ein Schein dabei rumkommt, ok. Wenn ein Hunder dabei rumkommt, ok. Ansonsten, wie immer, 10 Uhr wechselt der Boss. Also ab 10 Uhr kann das neue Ei erscheinen. Ab 11 Uhr kann das Ei dann aufgehen. Also immer an den Tagen ab 11 Uhr. Ich werde zu jedem natürlich wieder einen Community-Raid machen. An dem Tag, wo er erscheint. Und an den Wochenenden schauen, dass man immer wieder Raids für Zuschauer anbietet. Mega-Raits gleichzeitig. Wir haben drei Fünfer-Raid-Bosse. Also haben wir auch drei Mega-Raid-Bosse. Wir haben Mega-Platziken zum Beispiel. Der ist da, wenn das Summer-Sender da ist. Da sehe ich, ich habe genügend Energie. Ich habe aber noch gar keinen Mega-Platziken entwickelt. Warum auch immer. Also eigentlich könnte ich einfach eins entwickeln. Dann kann ich das auch links liegen lassen. Das ist aber eigentlich was Gutes. Eigentlich will man ein Gutes entwickeln. Vielleicht sollte ich doch ein paar Mega-Platziken-Raits machen. Obwohl ich ja Summer-Sender-Raits machen muss. Damit ich vielleicht ein Gutes habe, was ich dann entwickle. Oder vielleicht entwickle ich eins, was ich jetzt habe. Also Mega-Entwicklung. Dass ich da mal meine Energie los werde. Dann, während Giratina da ist, kommt Mega-Sable-Eye. Sable und Eye oder Sableye. 14. Oktober bis 28. Oktober. Sableye. So, den. Da habe ich keine Energie. Da habe ich auch kein gutes Exemplar. Da muss ich mal eins machen, um das wenigstens einmal Mega zu entwickeln. Ansonsten ist das Ding, glaube ich, unnütz. Aber kannst du natürlich nehmen zum Boosten von Bonbons und diversen Sachen. Mega-Banette. Banette. 28. Oktober bis 4. November. Da habe ich damals einen Shiny, glaube ich, genommen. Habe das Mega entwickelt. Und, ja. Habe ich keinen Bedarf mehr. Das brauche ich da nicht. Wem noch was fehlt, nehme das halt mit. An den ganzen Oktober-Wochenenden wird auch jedes Mal Krypto-Entei, also Shadov-Entei, wird erscheinen. In den Shadov-Rates. Interessiert mich auch nicht. Habe damals, glaube ich, mal ein Video gemacht. Ansonsten, das sind Vor-Ort-Rates. Da drehe ich immer durch. Deswegen lieber normale Rates. Und die daraus resultierenden Raid-Stunden immer mittwochs. 18 bis 19 Uhr. Also 2. Oktober Sackjahren. 9. Oktober Sama-Senta. 16. und 23. Oktober Giratina. Die gierige Tina, los. Und am 30. Oktober der Darkrai. So. Wenn du Glück hast, dann hast du kein Pech gehabt. Spotlight. Aua. Aua. Au. Fängt an. Also immer Dienstag, 18 bis 19 Uhr. Die sportlichen Aua. Die blauen Flecken. Da haben wir am 1. Oktober Bidoof. Bidoof. Ist Bidoof. Bidoof ist doch hier der Hamster. Da siehst du jetzt die Deutschen. Und das ist Bidoof. Also das ist, glaube ich, schon wieder was anderes. Also man spricht es noch anders da aus. Kann Shiny sein. Es gibt doppelte Verschickbonbons. Faser-Nuv. Ne. Ist, glaube ich, Mist. Brauchst du nicht. Dann haben wir am 8. Oktober. Galarian-Slov-Bocke. Also den Galarian-Slov-Poke. Mit zweimal Entwicklungs-EP. Ist auch, glaube ich, Mist. Brauchst du nicht. Aber kann Shiny sein. Dann haben wir am 15. Oktober. Schrumisch. Schrumisch. Der hat doppelt Staub. Das ist cool. Schrumisch an sich wird der zu Karpilz. Das ist cool. Der ist eigentlich ein guter Kampfangreifer. Auch ein guter Pflanzenangreifer. Also Schrumisch. Bis jetzt das Beste am 15. Oktober. Dann haben wir am 22. Oktober gleich drei Stück. Wir haben nämlich einmal Gastli. Sei weit ein Gast. Wir haben Gastli mit doppelt Fang-EP. Wir haben Duskul. Das. Das Skull. Duskull. Das Skull mit doppelt Fang-EP. Und wir haben Litwig. Litwig. Hustenbonbons. Mit zweimal Fang-EP. Gastli. Cool. Gänger. Cool. Mega Gänger. Fett. Das Skull. Der stinkt ab. Litwig. Cool. Hier. Laternecto. Und. Skilabra. Skilabra Beste. Das nehmt ihr mit. Am 29. Oktober gibt es noch eine Spotlight. Aua. Aber die hat nur zweimal Fang-Candy. Und das Pokémon ist geheim. Das dürft ihr nicht wissen. Ich tippe mal drauf. Da kommt was ganz Neues. Oder ein Pikachu mit Kostüm. Mit Halloween-Kostüm. Zum diesjährigen Halloween-Event. Oder halt was anderes. Was halt dann da kommt. Und was noch nicht da war. Wo ihr euch dann freut. Also das ist wahrscheinlich auch interessant. Schrumisch. Und die Dreier. Und. Husten. Und dann haben wir noch die Seite mit den Events. Was für Events erwarten euch denn im Oktober. Wo man jetzt viel rauslesen kann. 4. bis 11. Oktober. Galarian-Expedition. Da haben wir schon Infovideo gemacht. Das ist das wo das Summer Sender reinkommt. Das ist das wo auch die Gala Vögel aus dem Abenteuerrauch dann in Shiny eingeführt werden. Extra Video ist am Start. 5. Oktober. Da ist Community Day. Jetzt habe ich aber vergessen mit was. Das heißt ich muss noch mal kurz hier reingucken. Ah ich habe es mir gar nicht eingetragen. Am 5. Oktober ist auf jeden Fall. Na passt so wieder was nicht. Community Day. Nimmt man eh mit. Passt. Ist glaube ich Strawickel. Am 12. Oktober steht hier Mega Raid Day. Bei mir steht am 12. Oktober komischerweise Sea Day hier drin. Da muss was falsch sein. Das muss ich mal ändern. Was wird da erscheinen? Mega Raid Day. Raid Days finde ich sowieso immer cool. Eine kleine Tour zu machen. Zu streamen. Mit anderen Spaß zu haben. Wenn es ein Ticket gibt. Nochmal mehr. Aber ist ein Mega Raid Day. Also welches Pokémon fehlt denn. Was noch eine Mega Entwicklung hat. Und was vielleicht auch zum Oktober passt. Zur Halloween Season. Mewtwo wird es nicht sein. Nicht im Oktober. Nicht zu einem normalen Raid Day. Einfach so. Aber da freue ich mich drauf. Community Day. Mega Raid Day. 12. Oktober passt. Dann 15. bis 17. Oktober kommt Magnetic Study. Magnetic Study. Das ist also ein Magnet-Event. Ein Stahl-Event. Ein Stahl-Event. Am 19. Oktober kommt der Research Day. Also das ist wieder so ein begrenzter Forschungstag. Wo du wahrscheinlich wieder Stops drehst. Aufgaben erfüllst. Bestimmte Pokémon kriegst. Wie wir es jetzt bei Kommandutan und Quartermack hatten. Ab 22. Oktober bis 28. Startet dann das Halloween Part 1 Event. 28. Oktober bis 3. November ist dann das Halloween Part 2 Event. Also 22. bis 28. 28. bis 3. Part 1. Part 2. Dazwischen 26. bis 27. Oktober haben wir Fragezeichen wieder mal. Jetzt muss ich gerade mal auf meinen Kalender gucken. 6. Aha. Das ist nämlich dann nach dem Forschungstag das Wochenende. Das ist auch wieder Samstag, Sonntag. Samstag, Sonntag? Fragezeichen. Hat bestimmt was mit Raids zu tun. Und dann 31. Oktober bis 3. November. Also Donnerstag bis Sonntag. Wo hier sehe ich ja schon. Am Sonntag ist Fangkunst. Hm. Am Freitag ist Schulfrei und die Kita hat zu. Am Samstag ist WWE Crown Jewel. Da steht auch jetzt noch nichts fest. Da ist aber auch was. Da wird wahrscheinlich wieder ein Einzel-Event angekündigt. Und das wird dann da reingeschmiert und alles durcheinander. Wenn da das keiner mit durchblickt. Also ich fand Oktober bisher war immer eigentlich irgendwie der coolste Monat. Der schönste Monat. Der schaurigste Monat. Die Musik im Spiel. Alles was so düster ist. Alles so laubig. Die Dekoration im Spiel. Halloween war das allererste Event, was wir in Pokémon Go damals je hatten. Das war was ganz Besonderes. Ich weiß immer noch, wie ich früh so um sechs. Alle Schulkinder sind zur Schule. Ich bin durch den Park gelaufen. Musste den Schulkindern ausweichen. Hab Pokémon gefangen. Das war cool. Mit der Musik dabei. Mit allem anderen. Das hatte Feeling. Jetzt freut man sich jedes Jahr. Weil irgendwie der Oktober immer wieder noch was Besonderes ist. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Worauf habt ihr Bock? Worauf freut ihr euch? Die Raids sind stark. Die Spotlight-Stunden sind interessant. Manches ist noch offen. Aber wir haben wieder einen Community-Day. Wir haben wieder einen Mega-Raid-Day. Wir haben den Research-Day. Also diesen Monat auch dann alles mit dabei. Ansonsten Peace out, Vorhaut. Euer Ramse.